Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Ich habe schon ein Video über den Begriff Compliance gemacht und darin habe ich erklärt, dass Compliance die Einhaltung geltenden Rechts und die Beachtung ethischer Maßstäbe im Geschäftsverkehr ist. Ich habe auch ein Video gemacht über den Begriff Non-Compliance, genauer gesagt um die Kosten von Non-Compliance. Und darin habe ich ein interessantes Phänomen dargestellt, nämlich die brauchbare Illegalität. Heute geht es ums Compliance Management. Was ist das? Wie unterscheidet es sich die Legal Compliance von dem Integritätsmanagement? Was sind die wesentlichen Tätigkeitsfelder? Und ist Compliance Management vielleicht sogar ein strategisches Erfolgspotenzial für Unternehmen? Ja, genau. Tatsächlich, ich bin davon überzeugt, dass Compliance Management ein strategisches Erfolgspotenzial ist. Warum? Nach dem ressourcenbasierten Ansatz ist der Wettbewerbserfolg eines Unternehmens auf die Existenz seiner einzigartigen Ressourcen zurückzuführen. Und ein effektives und effizientes Compliance Management ist eine solche Ressource. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance Risikomanagement. Bevor wir zu den einzelnen Erfolgspotenzialen im Compliance Management kommen, müssen wir uns aber zunächst mal damit vertraut machen, was es genau ist. Und deswegen geht es jetzt erst mal um den Gegenstand des Compliance Managements. Wer Compliance verlangt, muss den normativen Bezugsrahmen angeben. Er muss gewissermaßen sagen, welche Regeln konkret befolgt werden sollen. Und hier gibt es einen Unterschied zwischen Legal Compliance und Integritätsmanagement. Die Einhaltung geltenden Rechts, vor allen Dingen des Wirtschaftsstrafrechts, bildet den unbestreitbaren Kern jeden Compliance Managements. Wenn es nur um die Befolgung des Rechts geht, spricht man von Compliance Management im engeren Sinne. Und das ist das Ziel von Legal Compliance. Das kann man dann sogar noch weiter eingrenzen, indem man ganz spezielle Rechtsgebiete für die Legal Compliance definiert. Geldwischeprävention, Datenschutz etc. Für Legal Compliance gibt es eine Reihe von Motivationen. Zum Beispiel die Notwendigkeit, auf einen Skandal zu reagieren und die kriminellen Aktivitäten aufzuarbeiten. Außerdem ist es klar, präventive Enthaftungsbestrebungen des Top-Managements oder auch Vertragspflichten gegenüber Abnehmern oder Vertriebspartnern sind die Motivation für Legal Compliance. Kommen wir zum Integritätsmanagement. Das ist Compliance Management im weiteren Sinne und es unterstreicht die Verbindlichkeit des Bekenntnisses eines Unternehmens zu gesellschaftlichen Standards. Es beugt auf die Art und Weise Reputationsschäden vor und es stellt zum Beispiel sicher, dass die Standards, zu denen sich ein Unternehmen bekennt, wirklich gelebt werden. Die normative Seite der Unternehmenstätigkeit wird gewissermaßen durch das Compliance Management integriert. Grundlage dafür ist eine aus der Geschäftsstrategie abgeleiteter Wertekodex. Die Erweiterung des Legal Compliance um ein Integritätsmanagement hat sich auf internationaler Ebene durchgesetzt. Zum Beispiel die Weltbank oder die Vereinigten Staaten mit den USSG oder auch im UK Anti-Bribery Act. Überall findet sich die Forderung nach einem Compliance und Ethics Program. Der deutsche Regierungsentwurf zum Verbandssanktionengesetz näherte sich dem Thema interessanterweise aus entgegengesetzter Richtung. Ein Compliance Programm war nicht unbedingt erforderlich, aber es ging darum, die Integrität in der Wirtschaft zu steigern und zwar durch konsequente Verfolgung und spürbare Sanktionierung kriminogener Strukturen in Unternehmen. Ich habe zum Entwurf zwei Videos gemacht. Kommen wir zu den Tätigkeitsschwerpunkten. Legal Compliance und Integritätsmanagement unterscheiden sich durch den Gegenstand und die Zielsetzung. Aber bei den Aufgabenschwerpunkten des Compliance Managements in der Praxis liegen sie dicht beieinander. Die wesentlichen Aufgaben in beiden Ansätzen sind Wissensmanagement, Organisation, Arbeitsrecht, Kommunikation, Überwachung und Konsequenzenmanagement. Es gibt aber schon relevante Unterschiede, wenn man genauer hinschaut. Gucken wir uns zunächst das Wissensmanagement an, weil es hier um den Aufbau von Compliance Know-How geht. Wer Compliance Verstöße vermeiden will, muss zwischen Compliant und Non-Compliant unterscheiden können. Dazu ist das erforderliche Know-How aufzubauen. Egal, ob es um Legal Compliance geht oder auch Integritätsmanagement stattfindet, beide Ansätze starten beim selben Ausgangspunkt. Man muss wissen, wie gearbeitet wird, denn sonst sind alle Aussagen, die im Compliance-Management gemacht werden, hypothetisch und alle Maßnahmen bleiben Theorie. Das Compliance-Management muss dann beurteilen, ob das, was die Mitarbeiter in der Praxis tatsächlich tun, mit dem normativen Referenzrahmen übereinstimmt. Hier finden wir den größten Unterschied zwischen Legal Compliance und Integritätsmanagement. Das will ich einmal anhand des Beispiels verdeutlichen und da möchte ich Korruption heraussuchen, denn Korruption ist strafbar und unmoralisch. Legal Compliance setzt Rechtskenntnis voraus. Juristisch betrachtet gibt es also vier Konstellationen bei der Korruption. Jeweils aktiv, also Bestechung und passiv Bestechlichkeit einerseits und im Geschäftsverkehr oder mit Amtsträgern andererseits. Dazu kommen dann Spezialregelungen, mit denen Strafbarkeitslücken geschlossen werden, zum Beispiel in der Medizin. Und die Paragrafen insgesamt sind zwar komplex, aber man kann die durchaus verstehen. Für mich in der Praxis war aber die ganz entscheidende Frage die Sozialadäquanz einer Zuwendung, weil es ja meist um Geschenke oder Bewirtungen geht. Und die Kollegen wollten von mir wissen, ob sie ein Geschenk annehmen können oder ob sie eins machen dürfen. Als Rechtsanwalt kenne ich natürlich die Formel, mit der die Rechtsprechung Einzelfallgerechtigkeit herstellt. Aber die ist hier gar nicht gefragt. Im Compliance Management muss ich sagen können, ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Und Fallstricke gibt es da viele. Nicht alle kommen in Form von komplizierten Abgrenzungsentscheidungen daher. Auch internationale Sachverhalte oder Sachverhalte, in denen verschiedene Rechtsgebiete betroffen sind, sind Herausforderungen für Legal Compliance. Effizientes Compliance Management bedeutet den Aufbau des zur Beurteilung der praktisch relevanten Konstellationen notwendigen Know-hows. Leider ändert sich die Rechtslage mittlerweile so schnell, dass es gar nicht mehr sicher ist, ob das, was ich im letzten Jahr recherchiert habe, heute noch gilt. Legal Compliance erfordert deshalb auch permanentes Rechtsmonitoring. So bleibt das Know-how jederzeit auf dem aktuellen Stand. Wichtig ist die prinzipielle Einschränkung dessen, was Legal Compliance leisten kann. Was im Einzelfall gerecht ist, weiß man, wenn das Strafverfahren abgeschlossen ist. Selbst erfahrene Strafverteidiger halten sich zurück, wenn sie einschätzen sollen, was bei einem Prozess rauskommen wird. Vor Integritätsmanagement erfordert den professionellen Umgang mit den Erwartungen der Stakeholder. Compliance Management kann ohne weiteres auf Industriestandards, Regeln und Erwartungen von Stakeholdern ausgeweitet werden. Die DIN ISO 19600 zeigt, wie das mit wenigen Worten geht. Sie definiert Compliance als das Einhalten aller bindenden Verpflichtungen. Diese definiert sie wiederum als Anforderungen, die eine Organisation erfüllen muss. Das ist dann Legal Compliance. Oder Anforderungen, denen sie sich freiwillig unterwirft. Zum Beispiel ein Wertekodex. Also könnte zum Beispiel ein Wertekodex den obersten Grundsatz enthalten, dass das geltende Recht auf jeden Fall eingehalten wird. Und unter der Überschrift Korruption könnte das konkretisiert werden durch eine klare, unmissverständliche und unbedingte Ablehnung jeden korrupten Verhaltens in jeder Form. Die Ausweitung des Compliance Managements auf die Beachtung ethischer Maßstäbe im Geschäftsverkehr setzt eine klare Festlegung voraus, welche Verhaltensweisen unter der Bezeichnung ethisch für moralisch begründbar gehalten werden. Denn in der modernen Gesellschaft gibt es keinen allgemein akzeptierten und widerspruchsfreien Wertekanon. In der Unternehmenspraxis werden die relevanten Werte im Rahmen des strategischen Managements ausgewählt und priorisiert. Dabei entsteht ein Wertekodex, der stimmig aus der strategischen Positionierung des Unternehmens abgeleitet und der zur Mission und zur Vision passen muss. Sind die Voraussetzungen geschaffen, ist schon ein großer Schritt zum Integritätsmanagement im Compliance Management gemacht. Die zweite wichtige Aufgabe betrifft die Organisation. Es geht um das Management der Compliance Richtlinien. Offensichtlich ist für Compliance Management nichts gewonnen, wenn das aufgebaute Know-how ungenutzt bleibt. Hier geht es zunächst um den Spagat zwischen Richtigkeit und Verständlichkeit. Hinsichtlich Korruption stellen sich beispielsweise die Fragen, wie viele Fallgruppen bilden wir in der Gifts and Hospitality Policy, lassen wir Ausnahmen zu, wenn ja, international einheitlich oder nach Rechtsordnung differenziert. Wie gehen wir mit widersprüchlichen Vorgaben im USFCPA und im UK Anti-Bribery Act um? Wenn es nicht nur um Legal Compliance geht, tut man sich an dieser Stelle tendenziell etwas leichter. Eine generelle Ablehnung jeglichen korrupten Verhaltens dürfte schon dazu führen, dass ein gewisser Sicherheitsabstand zu rechtlichen Grenzfällen leichter einzuhalten ist. Die Gifts and Hospitality Policy sollte auf die Passage des Wertekodex Bezug nehmen und relevante Hinweise für die tägliche Arbeit ergänzen, was konkret verlangt wird. Generell ist es empfehlenswert, Compliance-Richtlinien mit den Betroffenen abzustimmen. Geht es nur um Legal Compliance, dann stehen Rechtsfragen, betriebliche Erfordernisse, praktische Umsetzbarkeit, aber auch Verständlichkeit im Vordergrund. Wenn der Vertrieb Bewirtungen und Geschenke braucht, muss das Compliance Management eine rechtskonforme, verständliche und umsetzbare Regelung finden. Beim Integritätsmanagement steht die Ableitung von Verhaltensregeln aus den Werten im Kodex im Vordergrund. Je konkreter und praxisrelevanter die Fragestellung, desto vielfältiger sind jetzt aber auch die möglichen Interpretationen. Compliance-Richtlinien werden bei diesem Ansatz auf Augenhöhe gleichberechtigt formuliert. Die Mitarbeiter sind schließlich eine der wichtigsten Stakeholdergruppen. Der Prozess dauert länger und kann vom Compliance Management nur bedingt gesteuert werden. Hier bewährt sich ein vorgegebener Wertekodex als Ausgangspunkt. Er verhindert, dass sich eine Unternehmensethik im Widerspruch zu gesellschaftlichen Standards oder der Rechtsprechung entwickelt. Kommen wir zur Kommunikation. Darüber habe ich auch ein eigenes Video gemacht und die wesentliche Botschaft ist, ein Stück Papier erzeugt keine Compliance. Um Compliance zu erzeugen, muss das Verhalten der Mitarbeiter beeinflusst werden. Dazu dienen Kommunikation und Kontrollen. Im Kern geht es um im Compliance Management darum, Non-Compliance zu erkennen, die unterschiedlichen Ursachen zu finden und angemessen zu reagieren. Dabei sollte man sich Folgendes im Hinterkopf klar machen. Nicht alle Verstöße beruhen auf einer rechtsfeindlichen oder schlechten Gesinnung. Verstöße aus Unwissenheit entstehen, wenn ein Mitarbeiter die Vorschriften nicht kennt oder sie falsch verstanden hat. Deshalb gehören Schulungen, Hilfestellungen im Einzelfall, Tone from the top und Echo from the middle zum Standard-Repertoire im Compliance Management. Wird aus Unachtsamkeit ein Fehler gemacht, muss dieser aufgedeckt, entdeckt und korrigiert werden. Am besten organisiert man die Abläufe so, dass es möglichst wenig Fehlerquellen gibt. Es heißt, gute Prozessorganisationen, verständliche Arbeitsanweisungen, fehlerverhindernde EDV-Workflows, Arbeitshilfen, Checklisten und, last but not least, Kontrollen. Natürlich ist auch hier Augenmaß gefragt. Detaillierte Vorschriften bringen nicht immer den gewünschten Erfolg, denn die Wahrscheinlichkeit von Verstößen steigt, je dichter die Vorschriftenlage ist. Neben Unwissenheit und Unachtsamkeit ist Bequemlichkeit eine verbreitete Ursache von Noncompliance. Auf Verstöße aus Faulheit reagieren viele Vorgesetzte, zu Recht, mit Erziehungsversuchen. Eine reflexartige Abmahnung ist aber nicht immer die beste Lösung. Möglicherweise ist der vorgegebene Prozess unnötig umständlich und geschicktes Compliance-Management würde dann eher die Vorgaben entschlacken. Solche Compliance-Verstöße kommen immer wieder vor. Ob sie, beziehungsweise die Reaktion des Unternehmens darauf, das Betriebsklima stören oder das Bewusstsein für die Bedeutung von Compliance im Sinne einer positiven Compliance-Kultur steigern, hängt von der Akzeptanz des Compliance-Managements auf allen Ebenen ab. Der Mehraufwand, der beim Integritätsmanagement dadurch entsteht, dass Compliance-Richtlinien nicht einfach aus Rechtsnormen abgeleitet, abgestimmt und erlassen, sondern auf Augenhöhe ausverhandelt werden, zahlt sich hier aus. Deutlich einfacher ist es, auf ein gewünschtes Verhalten hinzuwirken, wenn es gut mit den Werten, Einstellungen und alltäglichen Routinen der Mitarbeiter vereinbar ist. Kommen wir jetzt zum Konsequenzen-Management. Die meisten Menschen, aber nicht alle, halten sich an sinnvolle Vorgaben. Aber machen wir uns nichts vor. Psychologen schätzen, dass es zwischen ein bis zwei Prozent Psychopathen in der Bevölkerung gibt. In Führungspositionen ist der Anteil noch höher, circa fünf Prozent. Und Psychopathen sind nicht die einzige Risikogruppe. Unter dem Suchbegriff dunkle Triade findet man im Internet weitere Persönlichkeitsausprägungen, die das Compliance-Management besonders herausfordern. Um es auf den Punkt zu bringen. Es wird immer einzelne Mitarbeiter geben, die die Compliance-Richtlinien nicht akzeptieren. Im Compliance-Management muss man sich mit Straftaten gut informierter Innentäter abfinden und damit umgehen können. Absichtliche Verstöße gilt es aufzudecken, abzustellen und konsequent zu ahnden. Wenn ein Unternehmen von seinen Mitarbeitern Compliance verlangt, muss es gleichzeitig signalisieren, dass es es auch ernst meint. Die wachsamen Führungskräfte und eine interne Whistleblowing-Hotline spielen bei der Aufdeckung von absichtlicher Non-Compliance eine wichtige Rolle. Eine gute Zusammenarbeit von Führungskräften, Personalmanagement und Compliance-Management ist wichtig für die Compliance-Kultur. Als Ultima Ratio müssen die Compliance-Richtlinien arbeitsrechtlich durchplatzsetzbar sein. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das Direktionsrecht des Arbeitgebers, Betriebs- bzw. Personalvereinbarung oder auch eine Zusatzvereinbarung zum individuellen Arbeitsvertrag. Aber das reicht nicht, denn es geht im Compliance-Management nicht primär darum, Verstöße zu sanktionieren, sondern zu vermeiden. Daher muss das Unternehmen konsequent sein und darf keine widersprüchlichen Signale, zum Beispiel bei der Inzentivierung, aussenden. Insbesondere beim Gehalt, bei Bonusentscheidungen und bei Beförderung ist das wichtig. Und die Führungskräfte spielen auch an dieser Stelle eine wichtige Rolle. Sie haben hier zwei Funktionen, einerseits als Vorbild und andererseits im Rahmen der Personalentwicklung. Im Kern geht es um eine nahtlose Integration von Compliance in die Personalpolitik. Nachweisbar profitieren Unternehmen im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter von klaren, erkennbaren Compliance-Strukturen, einschließlich der Möglichkeit für internes Whistleblowing. Am Anfang vom Video habe ich gesagt, Compliance ist ein strategisches Erfolgspotenzial. Wenn man sich klar macht, was alles zum Aufbau eines Compliance-Managements gehört, versteht man, warum das so ist. Das Erfolgspotenzial ist allein schon deswegen da, weil es einen erheblichen Aufwand an Zeit und Ressourcen verschlingt, Compliance-Management zu etablieren. Damit ist aber natürlich noch nichts über die richtige Compliance-Strategie gesagt. Lohnt es sich überhaupt, den Aufwand zu treiben, um die Leistungsfähigkeit des Compliance-Managements zu steigern? Und wenn ja, in welche Richtung? Oder sollten die Kosten möglichst minimiert werden? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich die Unterschiede zwischen Legal Compliance und Integritätsmanagement nochmal bewusst machen. Kommen wir zuerst zur Legal Compliance. Im Hinblick auf Legal Compliance stellt sich die Frage, ob sich damit der Erfolg eines Unternehmens überhaupt wesentlich beeinflussen lässt. Das Recht ist immerhin allgemein und abstrakt. Es setzt einen zwingenden Rahmen für alle Unternehmen gleichermaßen. Und deswegen kann sich ein Unternehmen von seinen Konkurrenten nicht dadurch differenzieren, dass es gesetzliche Vorschriften einhält. Damit ist die Sache aber noch nicht zu Ende. Das ist nur bedingt richtig, wenn man jetzt sagt, deswegen kann es kein Erfolgspotenzial sein. Betrachtet man Wirtschaftsunternehmen nämlich systemtheoretisch, dann sind sie offene Umwandlungssysteme. Die Ressourcen wie Wissen, Arbeit, Kapital, Rohstoffe möglichst effizient in gesellschaftlich verwertbare Leistungen transformieren. Rechtliche Streitigkeiten stören. Sie müssen vermieden werden. Und wenn das nicht geht, müssen sie so schnell wie möglich erledigt werden. Und zwar ohne, dass das spürbare Auswirkungen auf das Geschäftsmodell und die betrieblichen Abläufe hat. Legal Compliance schafft das. Zum echten Erfolgsfaktor wird Legal Compliance aber dann, wenn das Geschäftsmodell des Unternehmens wesentlich auf rechtlichen Voraussetzungen beruht. Also zum Beispiel Lizenzen wie einer Bankerlaubnis oder Genehmigungen, aber auch Auflagen für den Geschäftsbetrieb. Und die Bedingungen, die müssen aufrechterhalten werden, damit man überhaupt Produkte am Markt anbieten kann. Und das Ähnliche gilt, wenn man mit starken Abnehmern zu tun hat, die von ihren Zuliefern Compliance-Strukturen verlangen. Häufig beobachtet man auch, dass Unternehmen als Reaktion auf einen Skandal Compliance-Management verstärken, um dadurch, also durch Kooperation mit der Justiz, die Verfahren zu beenden und aus den Schlagzeilen zu kommen. Das deckt sich dann auch mit dem Interesse des Top-Managements, nicht für Non-Compliance in Haftung genommen zu werden oder sich gar strafbar zu machen. Diese reaktive Legal Compliance hat allerdings auch eine entscheidende Schwäche. Unmittelbar wirkt sie nur in Konflikten, die im Rechtssystem ausgetragen werden. Aber nicht alles, was rechtlich erlaubt ist, wird von der Gesellschaft auch akzeptiert. Es bringt nichts, mitten im Shitstorm auf umfangreiche Rechtsgutachten zu verweisen. Die Wettbewerbsnachteile, die sich aus einem nachhaltigen Reputationsverlust ergeben, kann Legal Compliance weder verhindern noch reduzieren. Schauen wir uns jetzt Integritätsmanagement an, das ja eine Erweiterung des Compliance-Managements um ethische Werte beinhaltet und eine mögliche Steigerung der Leistungsfähigkeit darstellen könnte. Wenn sich das Compliance-Management nicht auf Legal Compliance beschränkt, sondern sich auch als Integritätsmanagement versteht, dann schützt es und verbessert es das Geschäftsmodell des Unternehmens von der moralischen Seite. Die Compliance-Kommunikation kann auf den Wertekodex des Unternehmens abstellen und vermeidet damit die Verrechtlichung des Arbeitsalltags. In operativem Compliance-Management ist weniger Abgrenzungsaufwand hinsichtlich der Rechtslage erforderlich. Gleichzeitig ist eine höhere Akzeptanz der Compliance-Richtlinien zu erwarten, weil sie aufgrund einer intrinsischen Motivation durch die Mitarbeiter eingehalten werden. Es ist auch eine größere Stabilität des normativen Bezugsrahmens für das Compliance-Management zu erwarten, weil die akzeptierten Werte der Gesellschaft über die Politik letztlich ja auch in geltendes Recht transformiert werden. Beispiel Lieferkettengesetz. Gesetzesänderungen wirken sich dann auf das Unternehmen gar nicht mehr stark aus, denn sie wurden antizipiert. Im Idealfall ändert sich nur der Grund, warum eine Compliance-Richtlinie bestimmtes Verhalten verlangt. Die ethischen Erwägungen werden zur Rechtspflicht. Und mit dem Ansatz wird das Geschäftsmodell und die Betriebsabläufe weitgehend fortgeführt werden können. Was sagt uns das? Ich finde, es liegt auf der Hand, dass Compliance-Management ein strategisches Erfolgspotenzial darstellt. Das trifft schon auf Legal Compliance zu und das gilt erst recht für den von mir befürworteten weiten Compliance-Begriff, der die Einhaltung des geltenden Rechts und die Beachtung ethischer Maßstäbe im Geschäftsverkehr umfasst. Die gesteigerte Komplexität, die ein professioneller Umgang mit den relevanten Stakeholdern mit sich bringt, wird mehr als aufgewogen durch einen reduzierten Kontroll- und Überwachungsaufwand und die gesteigerte Stabilität, die ein Handeln der Mitarbeiter aus Überzeugung und im Einklang mit gesellschaftlichen Werten mit sich bringt. Zu Compliance-Management-Systemen und zum Compliance-Risiko-Management habe ich nichts gesagt. Wer mich kennt oder wer schon andere Videos gesehen hat, wird sich vielleicht wundern. Aber das hätte jetzt hier den Rahmen gesprengt. So viel will ich aber doch andeuten. Erstens. Die Komponenten eines Compliance-Management-Systems und deren Zusammenspiel werden durch verschiedene anerkannte Standards beschrieben. ISO 19600, COSO IDW 980, um nur einige zu nennen. Kernbestandteile dieser Standards ist der risikobasierte Ansatz im Compliance-Management. 2. Compliance-Risiko-Management in dem Sinn, dass bestandsgefährdende Compliance-Risiken frühzeitig identifiziert, bewertet und gesteuert werden, ist eine Pflichtaufgabe jeden Vorstands- oder Geschäftsführers. Er verletzt rechtlich zwingende Corporate Governance-Pflichten nach dem Kontrakt zum Schutz der Finanzausstattung seines Unternehmens, wenn er nicht um einen effizienten Mitteleinsatz und effektives Compliance-Management sich kümmert. So, und das war es dann für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schaut euch auch die nächsten an, abonniert den Kanal, empfehlt die Videos weiter. Ich würde mich freuen, euch bei einem weiteren Video begrüßen zu können.